Auf allen Kanälen wendet sich Präsident Trump aus dem Weißen Haus direkt an die Amerikaner. Es ist seine erste Rede an die Nation. Die Botschaft, an der Grenze zu Mexiko herrsche eine akute Notlage. Das ist eine humanitäre Krise, eine Krise des Herzens und eine der Seele. Im vergangenen Monat sind 20.000 Migrantenkinder illegal in die USA gebracht worden. Ein dramatischer Anstieg. Diese Kinder werden als menschliches Pfand benutzt, von bösartigen und gewissenlosen Banden. Die Schuld am Shutdown gibt Trump den Demokraten und fordert 5,7 Milliarden Dollar für eine Befestigung aus Stahl statt Stein. Diese Befestigung ist absolut entscheidend für die Grenzsicherung. Sie ist das, was unsere Experten an der Grenze wollen und brauchen. Das ist gesunder Menschenverstand. Fehlinformationen und Bosheit seien das, kontert die demokratische Führung in ihrer Gegenrede und hinterfragt die Mauer. Fakt ist, wir sind alle der Meinung, dass wir unsere Grenze sichern müssen. Wir können die Infrastruktur an den Grenzübergängen verbessern. Wir können neue Technologien verwenden, um einreisende Fahrzeuge besser auf Drogen zu scannen. Wir können mehr Personal an der Grenze einstellen. Die Demokraten hier im Kongress wollen sich Trump nicht beugen. Er nehme die Amerikaner als Geiseln. Die amerikanische Demokratie funktioniert nicht so. Wir regieren nicht mit Wutanfällen. Kein Präsident sollte auf den Tisch hauen und verlangen, dass er seinen Willen bekommt oder sonst die Regierung stilllegt. Es ist der Kampf um die öffentliche Meinung in der dritten Woche des Regierungsstillstands. Die Argumente auf beiden Seiten nicht neu. Der Kompromiss nicht in Sicht.